Hey, Freunde, seht doch mal! Weidwanderer! Diese Herde Wanderer kommt mir bekannt vor. Das ist Tippi! Spiky! Tippi hat dich vermisst, Spiky! Hey, Tippi hat ja sprechen gelernt. Kennt Spike etwa diesen kleinen Stachelschwanz? Sie sehen aus wie freundliche Freunde und spielfreudige Spielkameraden. Tippi's Herde war schon mal im großen Tal. Daher kennen sie sich, weißt du? Tippi, du bist doch nicht sauer, wenn Spiky mit Tippi spielt, oder? Als sie das letzte Mal hier war, warst du ganz schön traurig. Tippi und Spiky sind zwar gute Freunde, aber ich weiß, dass Spiky und ich eine Familie sind. Ich möchte, dass Spiky glücklich ist und mit Tippi spielen macht ihn glücklich. Los, komm, Freunde, hinterher! Tippi ist dran! Tippi ist dran! Hallo, Spiky! Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Hallo, Kinder! Hallo! Was führt eure Herde ins große Tal? Oh, das ist eine ziemlich harte, kalte Zeit, Kleiner. Es ist wirklich schwer, Grünfutter zu finden. Aber wir wissen ja, dass alle hier im großen Tal gern miteinander das Essen teilen. Unser Futter teilen? Habt ihr sie nicht mehr alle? Was wir hier haben, reicht nicht mal für uns. Natürlich reicht es. Sei doch nicht so selbstsüchtig. Du bist dran! Du bist dran! Das ist doch kaum zu glauben. Erst kommt ihr einfach her und wollt unser Futter haben und dann beleidigt ihr uns auch noch. Jetzt spiel dich bloß nicht so auf. Jetzt wird ja nicht frech. Bitte, hier gibt's genügend Grünfutter. Das wird schon für alle reichen. Nein, es wird nicht reichen. Und selbst wenn, ich würde niemals teilen mit diesen aufdringlichen, äh, Eindringlingen. Hast du mich gerade geschubst? Hä? Du hast versucht, mich zu schubsen? Oh, wenn ich dich schubse, merkst du das schon. Du liebe Goethe! Du beleidigst mich! Dir werd ich manieren! Beibringen, Dreihorn! Nein, nicht doch! Hört damit auf, bitte! Oh, also schön! Na, komm schon! Wir hängen fest. Hör zu, wir teilen gerne das Grünfutter, das wir haben mit euch, Freunde. Ha! Gut. Danke. Aber das heißt nicht, dass wir mit euch zusammen sein müssen. Ach nicht? Ha! Wie schade. Stachelschwänze? Mir nach! Das gibt's doch nicht! Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Sowas Hochnäsiges. Frechheit. Ja, aber, aber... Sitzt ihr auf euren kleinen Ohren? Das gilt auch für euch beide. Habt ihr verstanden? Aber Tippi möchte mit Spikey spielen. Spikey gehört nicht zu unserer Herde. Er lebt hier. Und warum spielt dann deine Tochter mit ihm? Ich hab's verboten. Hast du verstanden, Tippi? Ich verbiete dir, mit diesem Stachelschwanz aus dem großen Tal zu spielen. Hm? Hm. Nein, Tippi, du hast gehört, was unser Anführer gesagt hat. Du darfst nicht mit Spikey spielen. Hm. Tippi weiß, Mama. Hm. Denk nicht mal daran, Spike. Wenn diese Weitwanderer nicht mit uns zusammen sein wollen, schön. Dann soll es so sein. Hm. Hm. Das tut mir so leid für dich und Tippi. Aber du kannst ja mit mir spielen, wenn du willst, Spikey. Jap, 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 jap. Hm. Hm. Oh nein, nein, nein. Spikey ist zu traurig, um zu spielen. Das ist nicht gut. Oh nein, oh nein. Spikey könnte mit Tippi spielen, wenn die Erwachsene nicht sauer aufeinander wären. Das ist alles die Schuld der Weitwanderer. Wieso kommen die einfach her und verlangen von uns, dass wir unser Futter mit ihnen teilen, obwohl gar nicht genug da ist? Ja. Puh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Spiky? Spiky? Wo bist du hin? Spiky? Du bist ja so lustig. Ja, das bist du. Wie? 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 Ach, du willst Hopper, ob sie mit mir spielen? Gute Idee. Spiky? 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 Spiky hört nicht auf das, was Mami gesagt hat. Wenn das irgendjemand sieht, dann kriegt er riesen, riesen Ärger. Oh ja, oh ja. Ich möchte nicht, dass Spiky und Tippi Ärger bekommen. Nein, nein, nein. Vielleicht haben meine Freunde eine Idee, was wir machen können. Los komm, Spike. Du holst Tippi sowieso nicht ein. Spiky? Spiky? Sieh dir mal an, was Tippi sieht. So viel Grünfutter auf einmal, das geht's doch nicht. Und, schmeckt das, Balky, gut? Das müssen Spikey und Tipi den anderen erzählen. Aber dann wissen ja die anderen, dass Spikey und Tipi zusammen gespielt haben. Was machen Spikey und Tipi jetzt bloß? Hallo, wo warst du, Ducky? Wenn ich euch ein super geheimes Geheimnis erzähle, versprecht ihr mir dann, es nicht weiterzuerzählen? Niemals, niemals, niemals? Ja, naja, naja. Ich habe Spikey und Tipi gesehen. Sie haben gespielt. Zusammen. Vergaulich. Und was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Deshalb wollte ich ja mit euch sprechen. Oh, willst du es die anderen erzählen? Ich möchte nicht, dass Spikey Schwierigkeiten kriegt. Dann wirst du es also nicht erzählen? Naja, Spikey hat nicht auf das gehört, was Mami gesagt hat. Also, wenn du es nicht erzählst, dann tu ich es. Hapsi, das wirst du nicht glauben. Sarah, nein, nein, nein. Hapsi! Sarah, nein, tu es nicht! Hapsi! Ja, was ist denn Sarah? Stell dir mal vor, ich habe gerade gehört, dass... Bitte... Ja? Was hast du gehört? Ich habe gehört, dass... Wenn du das grüne Zeug mit den roten Blüten isst, dann bekommst du davon einen ganz frischen Atem. Das wusste ich doch schon, das habe ich dir erzählt. Oh. Ach ja. Danke, 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 Sarah. Jetzt ist das Geheimnis von Spikey und Tippi sicher. Was? Was? Tippi, was machst du da mit Spike? Tippi und Spikey haben nur zusammen gespielt. Das hatte ich dir doch verboten. Spike, ich habe dir das auch verboten. Also, dein Spike muss meine Tippi überredet haben. Mein Spike kann gar nicht reden. Was ist hier los, hä? Das muss man sich mal vorstellen, dass sie nicht mit Spike spielen darf, aber sie hat es trotzdem getan. Aber er hat es nicht, doch nicht gehört. Spike, muss sie dazu überreden? Warum seid ihr zwei zusammen hierher gekommen? Na ja, weil Spikey und Tippi einen Ort gefunden haben, an dem ganz, ganz viel Grünfutter wächst. Was hast du gesagt? Hä, Grünfutter? Na schön, wenn Tippi es gefunden hat, dann gehört es uns. Von wegen. Uns gehört das ganze Grünfutter im großen Tal. Tippi sagt, wir erzählen ihm nicht, wo es ist. Hä? Oh. Und weg sind sie. Tippi? Tippi! Tippi! Spikey, warte jetzt! Oh! Wow! Ein Schäfer! Boah! Boah! Oh, Boopi! Vet dir gar nicht schッ错. Aber ich? Oah! Boopi! 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 Warte, Ducky. Wir kommen dir zur Hilfe. Du bist ein ganz schön schwerer Klops. Ja, ja, ja. Also wenn wir gemeinsam unsere Kinder retten können, dann können wir auch zusammen essen. Ja, da hast du recht. Da ist was dran. Wir sollten uns vertragen. Sieh dir das an, Littlefoot. Von deinen Freunden haben sie gelernt zu teilen. Ist das nicht schön? Danke nochmal, dass ihr mit uns geteilt habt. Ich denke, jetzt wächst wieder genügend Futter, sodass wir unsere Reise fortsetzen können. Tipi wird Spikey vermissen. Spikey ist Tipis Freund. Und Ducky ist jetzt Tipis beste Freundin. Ja, ja, ja. Du bist dran. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.